hallo zusammen und willkommen zurück bei der version vom pc building simulator so bevor wir jetzt groß irgendwas machen starten wir wenn wir erstmal die sachen auf und besuchen unserem kumpel matt und begeben uns auf außeneinsatz weil ich glaube das ist was was man auch in der wirklichkeit machen würde er wartet ja schon seit gestern auf seinen neuen prozessor so deswegen fährt man ins büro holt die teile und startet sofort wieder bevor es im büro weitergeht so da ist der gute und wir wollen ein prozessor installieren in 3a raus und in 5a rein schließen wir machen ein bisschen wärmeleitpaste und irgendjemand hat doch gesagt teile für diesen pc ne was meinten ihr damit das ist hier das ist nur dieses cloud angepasste wasserkühlung weil wir hatten ja doch mal vor ein paar tagen da diese probleme mit den teilen wo ich nicht wusste dass bei neueren gehäusen mehr teile dabei sind die man eigentlich gar nicht ausgebaut hat weil wegen anpassen und so soweit hatte ich den normalen pc building simulator gar nicht gespielt ich meine das ist für mich auch nicht logisch wenn ich irgendwo ein rechner hinbringe dass ich eventuell irgendwelche sachen die ich an dem gehäuse nicht eingebaut habe damit zu gebe außer ich lasse mir vielleicht noch eine platte einbauen wo ich weiß ob jeder bau so ein ding für aber egal da will ich mich jetzt nicht drüber aufregen so das haben wir installiert kabel sind dran der usb stick steckt auch noch obwohl wir den gar nicht mehr brauchen dass der hier bleibt so dran und starten ja damit sind wir fertig es läuft gegen alle erwartungen habe ich alles richtig gemacht hat er sonst noch irgendwas gut wenn ich hier auch nach hause ja richtig lustiges büro hast du hier so ohne tageslicht ist echt super so der auftrag wäre erledigt und nun nur das wieder was ist ja schon wieder erquickend somit vielen dank ich werde wenn ich ganz nett frage schaffst du es unter besonderen dank in die credits des simulators ja natürlich so adrian führungsdirektor mein rechner muss verbessert werden wenn ich meine fristen einhalten will das netzteil muss mindestens 1600 watt haben gibt ja immer die eine oder andere sache zu tun oder was mich betrifft früher mochte ich cookbooks bitte bringen das wieder zum laufen aus nostalgischen gründen alles gute da sind auch nur drei tage fragen gesetzt und ira ein mann der tat bin heute morgen selbst zur tat geschritten und habe mein ram erweitert dabei musste ich aber meinen prozessorkühler beschädigt haben ach dabei habe ich aber mein prozessorkühler beschädigt sie müssen ihn ersetzen außerdem habe ich den speicher regel beschädigt den ich installieren wollte das einschieben diese winzigen steckplatz ist kniffliger als ich dachte die bisherige module wieder eingesetzt aber ich brauche immer noch ein speicher upgrade 32 gigabyte müssten reichen und ich möchte mein desktop hintergrund dass mein status als ein mann von bedeutung besser repräsentiert eins das aussagt achtung welt ist da und meint es ernst wie wäre es mit einer luxus jacht immerhin sind auf hoher see die besten deals auszuhandeln müssen sie wissen es ist einfacher leichter mit leuten zu verhandeln ihren einziger rückzug das offene meer ist alles klar oder sogar nur zwei tage wow wow na gut ira vorne eine kleine brotkiste läuft erstaunlich gut und er wollte netzteil haben aber wir haben hier noch die 32 gigabyte ram wir hier rein flanschen wie noch übliche teile nein nur die seitenwand habe aber auch keine mehr so bc lädt 13.000 ticket immer hier nicht auf müssen wir hier machen das haben wir wenn blinkt noch die installieren wieder weil das will er ja eh nicht wo der nur ausgeführt haben so das startet neu und dann machen wir uns an iras rechner weil der als zwei tagen schon fertig werden muss so das ist der der ist fertig ich war seit meiner hochzeit nicht mehr so glücklich das treibt mir doch die tränen in die augen tränen der rührung so der kühler ist kaputt den machen wir mal raus die speicherriegel habe ich jetzt irgendwas noch an speichern hier nein das ist gut öffnen 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 na da oben kleine fuckelkarre hier er wollte auf 32 gehen das sind aber achter aber da sind hier noch welche drin er kann wahrscheinlich nicht rechnen das ist das problem das sind viper 3000er 3000er viper viper 3000er viper da sind die 3000er die serie das so ja gut 32 x halt 32 ne ja jaja und dann müssen wir noch bei uns im inventar gucken nach der kühlung die ist nämlich auch kaputt arctic alpine am4 buch absturz nein doch nicht habt ihr das eben gesehen die meldung kriegt er gar nicht ich hatte hier schon pc building simulator reagiert nicht wow das ist aber arctic alpine am4 passiv da steht ja auch das inventar so das haben wir schon mal am start das kaufen wir aber jetzt noch nicht weil wir eventuell für die anderen auch noch bestellen müssen aber wir wissen es so jetzt haben wir hier noch und adrian haben wir noch ein netzteil mit das ist doch schon wieder wir haben jetzt ein evga supernova lüfter kabel netzteil gut gehen wir hier wieder auf 1600 das ist am einfachsten da gibt es ein evga supernova g2 g2 modular die nehmen sich alle nichts ne die sind alle das ist noch das kleinste ja komm dann bestellen wir das wo diese fünf millimeter machen den bock auch nicht fett ne egal so 940 kostet das wie sieht es eigentlich hier mit lohn aus die zahl 1450 gut und cookbooks will er drauf haben aber wir wissen ja noch nicht mal ob das läuft auch da ist es aber allen ernstes er macht sowas aber ich glaube in irgendeiner folge vom pc building simulator von der zweiten staffel da hatte ich so ein tor auch mal so cookbooks da ist cookbooks neu starten dann müssen wir das ausprobieren einfach und dann sehen wir ja ob es läuft oder ob wir noch irgendwelche verbesserungen machen müssen nur für mitarbeiterinnen aber es scheint zu laufen das ist gut so hast du noch was nö rest läuft so dann können wir hier wieder oben die abdeckung drauf machen und warten hier auf das netzteil da fällt mir ein bei ira können wir noch bevor ich das morgen vergesse das ding dran machen das yacht foto achso wir haben den ram noch nicht installiert ok dann machen wir das doch morgen so hier haben wir sonst nichts dann können wir den müll bestellen hier haben wir ja alles abgearbeitet das läuft tablet und shop gucken wir nochmal rein speicher prozessorkühlung netzteil gut duker läuft dann können wir feierabend haben pack beenden zur arbeit das waren die sachen die angekommen sind sehr schön dann flanschen wir mal eben schnell den speicher rein beziehungsweise wir haben ein lightpass hier schon drauf gemacht nein ich sehe erst die kühlung drauf und jetzt den speicher die 16 und die 16 der hat nur zwei bänke dann einmal starten wo war das neu starten konnte man denn das ding wechseln das titelbild geht doch nicht moment so hintergrund bild auswählen das muss man extra installieren alles klar dann lassen wir ihm das auch drauf das programm dann kann er sich selber immer irgendwelche bilder da drauf machen so eine jacht so eine jacht so sehr gut haben wir noch irgendwas von aira oder war das alles so speicherriegel beschädigt prozessorkühler beschädigt 32 32 gb destrip hintergrund nö alles gut alles gut alles gut der alte brotkasten weg können wir kassieren viel besser und das hintergrundbild habe ich mir genau so vorgestellt ich werde beim hinsehen schon sehr krank gute arbeit dann machen wir noch das 1600 watt teil rein beziehungsweise müssen das andere erstmal raushauen hier die kabel ab grüne gezuppelt hier jetzt aber und dann bin ich mal gespannt 1600 g2 alle kabel dran ja zwar nicht grün aber das ist jetzt auch egal so was hat der gutste denn noch gesagt guckbox ist drauf drauf dann rum drauf lappe zu oh kabel fehlen ist peinlich häuselüfter und die festplatte jetzt sollte es aber passen sehr gut der läuft auch eine eins mit sternchen super service sehr gut ok leute das soll es für heute gewesen sein hier haben wir noch ein paar aufträge und was ist denn das hier ach ja man kann ja hier auch dekorieren das ist gerade ein erstes sammlerobjekt ja dann geht es zu den regalen bei der glastür regale bei der glastür auch hier drücke die c-taste um den einrichtungsmodus ein oder auszuschalten c ah hier kann ich alle stellen sehen hier hinaus und dann eine wieder platzieren ja das ist ein bisschen was und das möchte ich ja gern mehr sehen das pc building simulator board game weil es gibt es nicht wirklich oder weil wie will man da ja ok leute ich würde sagen euch noch einen schönen tag macht es gut bis demnächst tschüss und tschau tschau